Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute gibt es mal ein paar spanische Sätze und zwar umgangssprachliche Ausdrücke für die, die schon etwas mehr Spanisch können. Fangen wir an. Eigensein Ser un bicho raro Die Fehler einer Person bekannt machen Sacar los trapos sucios Ein herzensguter Mensch sein Ser un trozo de pan Etwas, das sie nicht hat, viel Bedeutung beimessen Etwas, das er nicht hat, viel Bedeutung beimessen Ahogarse en un vaso de agua Ahogarse en un vaso de agua Jemandem helfen Echar una mano Echar una mano Jemanden hängen lassen Dejar plantado a alguien Dejar plantado a alguien Dejar plantado a alguien Unerwartetes verhalten oder durchdrehen Unerwartetes verhalten oder durchdrehen Gruzársele los cables a alguien 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 In einem Augenblick sehr schnell In einem Augenblick oder sehr schnell En un abrir y cerrar de ojos En un abrir y cerrar de ojos Vorgeben, dass man etwas nicht gesehen hat Vorgeben, dass man etwas nicht gesehen hat Hacer la vista gorda Hacer la vista gorda So, das langt erstmal Also das ist für die, die schon Spanisch können Und damit sage ich Gracias, hasta mañana